Es reichen, um das Turnier auch zu gewinnen. Hier nochmal eine Studie der beiden. Wie gesagt, sie sind sehr ausbalanciert, stehen sehr gut über dem Fuß. Keine Probleme, das Gleichgewicht zu halten, trotz schneller Beinarbeit. Und das Spiel mit dem Publikum, das funktioniert auch. Und die sind motiviert und sie wollen gewinnen. Und 38,08 Punkte, das ist eine sehr hohe Platzierung. Eine sehr hohe Punktzahl bei Partnering Skills, die 10,0. Das heißt Outstanding, die wird nur ganz selten vergeben. Drei Wertungsrichter müssen sich da einig sein und das sind sie. Und das Publikum ist begeistert, aber es ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Können diese beiden nachlegen? Können Armen und Svetlana da noch eins draufsetzen? Das ist ein bisschen Luft nach oben. Musik Der Geschmack ist dieser Jive mit diesem Show-Element ein bisschen besser ausgetanzt. Exakter, harmonischer, synchroner und vielleicht noch ein bisschen musikalischer als bei Marius André Balan und Kristina Muschenska. Aber das müssen die Wertungsrichter entscheiden. Ich möchte es nicht. Die beiden Russen, die kennen sich halt in- und auswendig und an einem guten Tag, da können sie weltmeisterlich tanzen. Und das war nahe an der Perfektion. Musik Und jetzt heißt es mit Spannung warten auf die letzte Wertung. 38,60 der erste Platz. Die 10 beim Music to Movement. Also die Musikalität super hoch bewertet. Und er geht in die Knie, denn er hat registriert, dass er gewonnen hat. Und er hat einen hauchdünner Vorsprung im letzten Tanz überholen Armen und Svetlana. Das Paar aus Portsheim, Marius André Balan und Kristina Muschenska. Und er kann es gar nicht fassen, denn er hat noch keinen Grand Slam in diesem Jahr gewonnen. Er ist zwar Europameister geworden, aber bei den wichtigen anderen Turnieren hat es immer nur zu den hinteren Plätzen gereicht. Und deshalb, der Jubel, die Freude natürlich umso größer. Denn in Deutschland zu gewinnen, in der Höhle des Löwen, in der Liederhalle, das ist schon ein Ding. Also hier das Ergebnis. Armen Zerturian, Svetlana Budino mit 189,19 Punkten hauchdünn vor Marius André Balan und Kristina Muschenska. Jetzt ist auf jeden Fall alles offen für das Weltmeisterschaft im November. Die Paare tauschen jetzt und das ist gut, weil das gibt Hoffnung für uns sehr für das Weltmeisterschaft. Die Paare tauschen, das heißt, es gibt immer wieder einen neuen Sieger. Die Sieger von Stuttgart heißen Armen Zerturian und Svetlana Budino aus Russland.